Also ich sage an alle, die heute Abend dabei sind, herzlich willkommen zu unserem Webinar Mehr Europa wagen, die Zukunft der EU nach der Krise. Ich freue mich sehr, dass mit Frau Professor Ulrike Gero und Daniel Freund zwei tolle Referentinnen heute Abend mit dabei sind. Ich stelle sie ganz kurz vor, obwohl sie wahrscheinlich vielen und den meisten schon bekannt sind. Frau Professor Gero ist Gründerin des European Democracy Lab, lehrt jetzt an der Donau-Universität in Krems und ist bekannt für ihre Bücher, in denen sie sich mit der Zukunft der Europäischen Union auseinandersetzt. Sehr spannende Werke und wird uns heute Abend einen Impuls geben. Und Daniel Freund ist Mitglied der Grünen Fraktion im Europaparlament und sitzt im Ausschuss für konstitutionelle Angelegenheiten und deshalb auch Mitglied der Working Group zur Zukunftskonferenz der EU, beschäftigt sich also damit, wie wir praktisch die Europäische Union auch weiterentwickeln können. Eine ganz kurze Einführung meinerseits. Ich bin Florian Siegmann, Landtagsabgeordneter in Bayern, da europapolitischer Sprecher und sitze auch im Ausschuss der Regionen der EU, habe also so einen Blick aus der Region rein in die europäischen Institutionen und tausche mich auch mit vielen Partnerinnen in anderen Regionen aus. Und die Corona-Ausbreitung, die hält uns gerade natürlich überall in Europa, in Arten, in allen Regionen, nicht nur in Bayern. Und wir Länder und wir Regionen sind dabei meistens an vorderster Front, wenn es um die Eindämmung geht. Also überall vor Ort muss entschieden werden, wie stark sind die Maßnahmen, die man ergreift, wo ist jetzt am dringendsten zu handeln? Was macht am meisten Sinn? Darüber tausche ich mich gerade auch viel mit europäischen Kolleginnen aus. Und wir spüren natürlich auch direkt, wie sich Nachbarregionen verhalten. Und wir haben so ein ganz gutes Gefühl deshalb dafür, wie es mit der europäischen Solidarität gerade steht. Und was wir ganz am Anfang erlebt haben, im Umgang mit dieser Krise und bei der Bewältigung, war eher eine fehlende Koordination, ein zurückfallendes, total nationales Muster. Also gutes Beispiel dafür ist, dass fast ohne Absprache auf einmal Tschechien am 16. März gesagt hat, wir machen jetzt für jeglichen Personenverkehr unsere Grenze zu Bayern dicht. Und überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, was heißt das jetzt eigentlich für medizinisches Personal, das aber auf der einen wie auf der anderen Seite vielleicht im angestammten Krankenhaus dringend benötigt wird. Ein Beispiel dafür, wo man total zurückgefallen ist an der Stelle. Oder das Exportverbot für Medizinprodukte aus Deutschland, insbesondere Schutzmasken, das Anfang März erlassen wurde und dann Italien getroffen hat, weil da dringend benötigte Güter auf einmal an unserer Grenze hängen geblieben sind. Und ein letztes Beispiel, was auch ein bisschen traurig ist, ist, dass dieser erste Hilferuf, den Italien gesendet hat, an die Europäische Union von der Kommission, ja, an die Mitgliedstaaten und Regionen weitergeleitet worden ist und da erst mal Totalverhalt ist. Also auch in Bayern war es so, erst nachdem wir Druck gemacht haben, auch als Abgeordnete, man sagt, okay, wir schauen jetzt, wie wir irgendwie schwer erkrankte Patientinnen aufnehmen können. Also auch da war es nicht so, dass man erst die Frage gestellt hat, okay, jemand anders in Europa hat ein Problem, was können wir unternehmen, wie können wir helfen, sondern es hat wirklich gedauert und man musste anschieben bei der ganzen Sache. Also wir haben keine richtige Solidarität am Anfang erlebt, sondern Scheuklappen und jetzt läuft gerade so ein bisschen was an. Dass es aber auch noch schlimmer gehen kann, sehen wir vielleicht gerade in Polen und in Ungarn. Das wird sicherlich später noch Gegenstand der Debatte sein. Da ist ja auch der Daniel Freund Spezialist in dem Feld, dass so eine Krise auch als Vorwand dienen kann, um sich noch mehr von europäischen Grundwerten am Ende zu entfernen. Und jetzt gerade, wo wir die ersten Debatten über die Bewältigung der gesellschaftlichen und auch der wirtschaftlichen Folgen führen, stellt sich auch wieder die Frage, wie viel Solidarität zeigen wir in Europa, wenn es zum Beispiel darum geht, gemeinsam Schulden aufzunehmen oder gemeinsam Kosten zu übernehmen, um die Krise zu bewältigen. Und eigentlich, und das hat mich daran auch ein bisschen verwundert, dachte ich, naja, Europa ist krisenerprobt. Also wir hatten eine Wirtschafts- und Finanzkrise, wir hatten große Auseinandersetzungen mit Migration, wir hatten Auseinandersetzungen ums Klima und gerade bei diesen letzten beiden Punkten war es so, dass immer nach europäischen Lösungen auch verlangt worden ist. Bloß, dass es dann häufig in der Umsetzung nicht geschafft, man es nicht geschafft hat, daraus wirklich zu lernen und dann auch was zu implementieren, bei dem alle mitgezogen sind. Und deswegen wollen wir heute darüber diskutieren, wohin sich Europa eigentlich entwickelt, wie sieht die Europäische Union nach der Krise aus, lernt man daraus, ist man in der Lage, danach stärker gemeinsam zu agieren und wie ist es um die Solidarität bestimmt. Und da würde ich jetzt gerne als erstes Ulrike Giro das Wort geben. Ja, liebe Zuhörer, dann mache ich jetzt mal meine Webcam an. Ja, hallo. Ich freue mich, dass Sie oder ihr alle hier im Online-Format seid. Das ist ja jetzt die neue Mode. Ich muss sagen, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, weil man einfach keinen Augenkontakt hat. Und es ist, wenn man redet, immer ganz wichtig, dass man Leuten in die Augen gucken kann, weil ich dann meistens sofort merke, ob sie gelangweilt sind oder interessiert zuhören. Aber das vorab gestellt, ich wurde gebeten, hier ein paar Impulsbemerkungen zu machen. 15 Minuten, mehr Europa wagen, die Zukunft Europas nach Corona. Und ich würde erst mal gern dem Florian danken, dass ich hierzu eingeladen worden bin und dem Daniel, dass ich mit den beiden hier diskutieren darf. Ich finde das wirklich ganz schön, dass wir eine neue Generation von Abgeordneten haben auf Landesebene, Landtagsebene oder eben auch im Europäischen Parlament, die jetzt tatsächlich mit mutigem, neuem Schwung Debatten machen, die ich, die ich ja doch mal 20 Jahre älter bin, sage ich mal, die wir alle schon irgendwie vor 20 Jahren gemacht haben. Das ist auch noch mal wichtig, vielleicht in Erinnerung zu rufen, dieses politische Wille fehlt und so weiter. Wann kommen wir mit Europa mal weiter? Ich habe persönlich da so einen kleinen Déjà-vu, weil diese Debatten wurden auch schon in den 90er-Jahren geführt, auch wenn man sich kaum noch daran erinnern kann. Krönungsunion, politische Union, wann machen wir mal die Ever Closer Union fertig? Und seither sind eigentlich 30 Jahre vergangen und wir haben in diesen 30 Jahren, und das soll jetzt meine einsteigenden Überlegungen sein, in diesen 30 Jahren haben wir das immer wieder eigentlich erlebt, dass wir von Krise zu Krise geschlittert sind, gehofft haben, dass wir aus der Krise Lehren ziehen und dass wir nach der Krise in einem anderen, besseren, demokratischeren, sozialen Europa herauskommen. Deswegen würde ich als erstes mal gerne sagen wollen, die Beschreibung von Florian war ja völlig zutreffend. Wir hatten nationale Scheuklappen, jetzt haben wir Herrn Orban, der die Krise zum Vorwand nimmt, das Parlament auszuhebeln und so weiter. Aber noch mal einen Schritt zurück. Es ist ja nicht die erste Krise, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, in der wir als Europäer nicht stärker hervorkommen. Wir hatten 2015 die Geflüchtetenkrise, die uns in den letzten Jahren mürbe gemacht haben. Wir haben noch vor Corona, kurz vor Corona, Boote gehabt im Mittelmeer mit 40 Leuten und konnten die nicht auf die Europäische Union verteilen. Wir hatten wenige Tage vor Corona 500 unbegleitete Flüchtlinge in Lesbos und konnten die nicht einer europäischen Einigung zuführen. Aber noch mal einen Schritt zurück, auch die Bankenkrise 2008, 2009. Wir erinnern uns an den Satz von Angela Merkel, die deutschen Spareinlagen sind sicher, nicht etwa die europäischen Spareinlagen, obwohl jeder wissen konnte, dass die Banken so miteinander verflochten sind, dass es eben schwierig ist, nur die deutschen Spareinlagen zu sichern und nicht die anderen. Was will ich damit sagen? Wir machen nicht zum ersten Mal die Erfahrung, dass in der Krise Europa nicht handeln kann. Wir machen nicht zum ersten Mal die Erfahrung, leider, dass der nationale Reflex der kürzere und der bessere ist. Ich will ganz klar sagen, dass ich dem auch gar nicht widerspreche, weil Florian Siegmann ist zu, also das ist ja richtig, dass sozusagen auch in Deutschland die kleinen Einheiten handeln müssen. Ja, die Landräte, die lokale Feuerwehr und so weiter. Man weiß ja viel besser, was on the ground los ist, wenn man einfach vor Ort ist. Also ich möchte hier nicht einem europäischen Superstaat das Wort reden und auch nicht zentralisierten europäischen Regierungen in solchen Situationen. Und dennoch muss man sagen, dass wir natürlich Europa Souveränität zu geben. Wir wissen von Karl Schmitt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Wir haben diesmal wieder gesehen, dass im Ausnahmezustand die Nationalstaaten entscheiden. Die Nationalstaaten können Rettungspakete machen, Hilfspakete machen, Kurzarbeit veranlassen, die Grenzen schließen. Die Nationalstaaten können das alles. Frau Merkel konnte sich hinstellen, Herr Kurz, Herr Macron konnten diese Reden halten. Teilweise noch im Parlament kurz durch, abgestimmt oder eben in Ungarn auch nicht. Und trotzdem waren es nationalstaatliche Regelungen, die man nicht vorher koordiniert hat. Und das zeigt eigentlich das, und daran würde ich auch gerne erinnern dürfen, dass das, was Emmanuel Macron uns ja versucht hat, vor der Krise in sechs Reden zu sagen, nämlich Souveränität Europäen, lesen Sie nochmal die Reden von Emmanuel Macron. Er hat sechs von diesen Reden gehalten, in Athen, in Brüssel, beim Karlspreis. In all diesen Reden versucht er eigentlich genau diesen Punkt zu machen, wenn wir von Europa etwas erwarten, Solidarität oder auch Handlungsfähigkeit in der Welt, digitale Handlungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit beim Klima, Handlungsfähigkeit in der Außenpolitik, whatever, wenn wir das wollen, dann müssen wir Europa souverän machen, bevor wir von Europa Solidarität erwarten können. Das ist, ich vergleiche es immer mit so einer Klettersprosse bei so einem Klettergerät, wo die Kinder an die nächste Sprosse wollen. Die nächste Sprosse kann man nur greifen, wenn die Sprosse als solche stabil ist, sonst bleibt man an der Sprosse hängen, der Nationalstaat, die halt jetzt stabil ist. Und da weiß man, da ist man gut aufgehoben, die kann handeln. Und wenn es hier in diesem Webinar darum geht, zu diskutieren, mehr Europa wagen, die Zukunft der EU nach der Krise, wird das die entscheidende Frage sein? Rufen wir nur nach Solidarität in der Krise und sehen dann wieder, oh, die bleibt aber aus? Oder realisieren wir, dass wenn wir Solidarität in der Krise wollen, wir die EU institutionell anders aufstellen müssen, effizient machen müssen, handlungsfähig machen müssen. Nicht unbedingt im Sinne eines Zentralstaates, aber zum Beispiel, gucken wir jetzt mal auf den Corona-Vorfall, im Sinne der Tatsache, dass wir zum Beispiel realisieren, das hat Florian Siegmann ja ausgeführt, dass die Grenzschließung einfach keine appropriate solution war. Im Grunde hat man sich damit ins Knie geschossen, übrigens nicht nur inzwischen der bayerisch-tschechischen Grenze, auch in diesem Drei-Länder-Dreieck Luxemburg-Deutschland-Frankreich, wo dann französische Krankenschwestern nicht mehr nach Luxemburg in ein Krankenhaus gekommen sind. Und damit bin ich im Grunde bei dem zweiten zentralen Punkt dessen, was mein Impuls sein soll. Also der erste war, keine Solidarität ohne Souveränität. Der zweite Punkt, den ich gerne machen würde, ist, wir sehen eigentlich an den Krisenmechanismen, dass wir jetzt nach zwei Wochen versuchen, die ersten impulsiven Entscheidungen, nämlich die Grenzschließungen, dass wir das ja schon wieder ein bisschen zurückrudern. Wir merken gerade, dass die Ärzte über die Grenzen müssen. Wir merken, dass unsere Waren über die Grenzen müssen, weil wir die Lieferketten nicht unterbrechen wollen, weil wir zu verflochten sind. Wir merken, dass wir zum Beispiel die Arbeitskräfte brauchen für die Ernte. Das ist jetzt die Debatte um die Spargelstecher, was auch immer, die Saisonarbeiter, auf den deutschen oder auch österreichischen Feldern. Das heißt aber, und das führt mich genau zum Thema, was sollten wir denn wünschen für das Europa nach der Krise? Es heißt, dass wir gerade wieder dabei sind, Europa zu organisieren für die Waren, also für die Güter, für den Binnenmarkt. Wir organisieren Europa auch für uns in unserer Funktion als Arbeitnehmer, dass wir als Arbeiter über die Grenze wollen. Und wir organisieren Europa für uns in unserer Funktion als Konsumenten, dass wir auch in der Krise nicht verzichten wollen auf, keine Ahnung was, Nudeln aus Italien im deutschen Supermarkt. Das, was aber uns immer noch nicht gegeben ist, als europäische Bürgerinnen und Bürger, die wir hier aus Solidarität einklagen, ist tatsächlich, dass auch wir in unserer Eigenschaft einfach als Unionsbürger über die Grenze dürfen. Ich mache das mal ganz plastisch. Also wir versuchen jetzt gerade Regelungen zu finden, damit vielleicht doch ein paar Feldarbeiter, weil sie Arbeitnehmer sind, über die Grenze dürfen. Wir finden Regelungen dafür, dass die französische, was auch immer, Krankenschwester in Luxemburg arbeiten darf. Aber ich zum Beispiel, die ich in Österreich arbeite, mit einem deutschen Pass, ich darf gerade nicht nach Frankreich zu meinen Söhnen. Das heißt, ich darf nicht einfach als Bürgerin über die Grenze, weil ich einfach jemanden liebe, der auf der anderen Seite der Grenze ist oder weil meine Eltern vielleicht krank sind und in einem Land sitzen, dessen Pass ich nicht habe. Und das sind 1,5 Millionen Unionsbürger im Moment, in denen der Arbeitsort vom Wohnort getrennt ist. Oder die, Erasmus lässt grüßen, vielleicht einfach einen Freund in einem anderen Land haben. Ich zum Beispiel habe einen Bekannten, der gerade in Salzburg sitzt, weil er zufällig zum Zeitpunkt der Ausgangssperre in Österreich dort saß. Der hat Familie und Kinder in Portugal, ist aber nicht verheiratet, hat keinen portugiesischen Pass und der darf jetzt nicht nach Portugal. Und das, finde ich, ist wirklich eine Krisen-Lernerfahrung, wo für mich der Ausgang der Krise eigentlich darin bestehen müsste, dass wir post-Corona das reklamieren, nämlich, dass man uns nicht mehr spaltet in Arbeitnehmer, in Konsumenten, in Verbraucher und in ganz einfach Bürger sein, sondern dass wir sagen, wir wünschen uns nach der Krise eine Vollendung des European Citizenship in einer Art und Weise, dass man uns in keiner unserer Funktionen noch nach Nationalitäten auseinander dividieren darf. Dann wären nämlich die ganzen Bilder, die wir leidvoll erlebt haben, aber dann, die ja dann Gott sei Dank verbessert wurden. Wir hatten ja nachher aus Mühlhausen Patienten in Baden-Württemberg. Wir hatten ein paar Italiener nach Sachsen. Aber das waren dann sozusagen Reaktionen der Solidarität, die durch den Druck der Öffentlichkeit dann entstanden sind. Aber hier ist mein Punkt. Es war keine Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit war, dass man erst mal die Leute aus Mühlhausen nach Marseille geflogen hat, obwohl das viel länger ist, anstatt über die Grenze, bevor dann der öffentliche Druck aufgebaut wurde. Und wenn ich also sage, dass ich mir post-Corona ein Europa wünsche, in dem wir als europäische Unionsbürger alle gleich sind vor dem Recht und zwar in all unseren Elementen des bürgerlichen Daseins, nicht nur als Verbraucher, nicht nur als Arbeitnehmer, sondern eben einfach auch als Bürger, dann dürfte das nicht mehr vorkommen. Und das wäre im Grunde die große Forderung, die ich an das Europa stelle nach Post-Corona. Das hieße, dass wir nicht mehr nach Nationalität unterscheiden. Und das gilt dann natürlich auch für die großen Debatten, die wir jetzt gerade führen, Corona-Bonds, Euro-Bonds und so weiter. Das sind ja Debatten im Grunde, im Kern darüber, ob wir zum Beispiel bei Zinsen noch nach Nationen unterscheiden. Ja, also ob die Italiener nach der Krise höhere Zinsen zahlen müssen auf ihre Anleihen, die sie jetzt machen müssen, zur Rettung als die Deutschen. Und wenn wir das einfach als Prinzip durchsetzen würden in Europa, dass wir eben nicht mehr nach Nationalität diskriminieren, dann wäre für mich schon viel gewonnen. Ich möchte mit einem kurzen Gedanken enden. Und der kurze Gedanke ist, ich mache mir große Sorgen. Warum? Weil ich beobachte, dass über die letzten 70 Jahre, wir haben ja angefangen 1950 mit der EGKS und dann der gemeinsame Binnenmarkt, Euro und so weiter, die ganzen Entwicklungsstufen 70 Jahre. Wenn man das historisch sich anguckt, dann kann man den Punkt machen, den ich jetzt für die Diskussion machen möchte, dass es offensichtlich möglich war, in früheren Epochen der europäischen Integration, dass wir tatsächlich aus Krisen gelernt haben und dass wir tatsächlich zu Beginn aus jeder Krise europäischer hervorgegangen sind, weil wir vergemeinschaftet haben, was uns vorher gefehlt hat. Die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist ja nichts anderes, als dass wir gesagt haben, nie wieder Krieg und deswegen vergemeinschaften wir jetzt Kohle und Stahl, dann kann keiner mehr einen Panzer bauen. Dann hatten wir in den 70er Jahren die Konkurrenz mit den Währungen, haben wir gesagt, diese Währungskonkurrenz, die hat uns nicht gut getan, lasst doch mal eine gemeinsame Währung machen. Und dann kam der Binnenmarkt, Währung, Binnenmarkt. Wir haben immer ein Stückchen mehr vergemeinschaftet. Und meine These wäre, dass wir diesen Mechanismus durchbrochen haben und dass deswegen in den letzten mindestens zehn Jahren, wenn nicht schon in den letzten 20 Jahren, jede Krise eben leider nicht mehr dazu benutzt wurde, Lehren zu ziehen und mehr zu vergemeinschaften. So wie ich jetzt sage, wir müssen jetzt auch noch die Bürgervergemeinschaften, also gleich vor dem Recht stellen, sondern dass in letzter Zeit eben die Krisen in Europa leider dazu geführt haben, zu renationalisieren. Das heißt, sie wurden nicht mehr produktiv genutzt in die bessere Zukunft, sondern Krisen wurden zum Vorwand genommen, zu renationalisieren, wenn nicht sogar gerade zu entdemokratisieren, wie Orban uns das jetzt leider vormacht. Und dazu kann man nur sagen, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, gibt es eine Menge Theorien, aber die Theorie, die das erklären würde, warum das so ist, die Theorie ist im Grunde die Annahme, dass kollektive Erinnerungen die Zukunft bestimmen. Und die kollektive Erinnerung für 70 Jahre war das Drama der zwei Weltkriege. Und aus dieser kollektiven Erinnerung konnte das entstehen, was Adorno damals den utopischen Denkraum genannt hat. sich hineinflürzen in eine Utopie, weil das, was man erlebt hat, so schrecklich war. Und die These wäre, dass eben das nicht mehr gegeben ist, weil wir jetzt natürlich eine Generationendynamik haben, weil diejenigen, die den Krieg noch erlebt haben, die sind nicht mehr da. Und weil wir es, das wäre die Frage, offensichtlich im Moment nicht mehr schaffen, einen utopischen Denkraum zu generieren, der uns erlaubt, tatsächlich einfach zu sagen, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt, was ich eben vorgeschlagen habe, die Gleichheit der Bürger vor dem Recht. Wir machen das jetzt einfach, genau wie man 1992 noch sagen konnte, wir machen jetzt eine gemeinsame Währung. Das war ja damals auch Utopie. Aber bis in die 90er Jahre konnten wir offensichtlich Utopien verrechtlichen und in Verträge überführen. Und heute fehlt uns das utopische Potenzial. Und der Grund dafür könnte sein, dass wir inzwischen mit Generationen auf diesem Kontinent sind, die zu viele kumulierte Enttäuschungen von Europa haben. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch wenn wir ganz gut durch die Krise bekommen sind, wir Deutsche, wir Bayern, wer auch immer, dass es natürlich in Südeuropa inzwischen ganze Alterskohorten von jungen Leuten gibt, die von Europa nur enttäuscht wurden. Und dass man auf Enttäuschung kein utopisches Potenzial von einem besseren Europa bauen kann, das wäre die offene Frage, die ich jetzt in die Runde gebe. Denn unser Thema heißt ja die Zukunft der EU nach der Krise. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Dann würde ich mal einfach nahtlos anschließen, oder? Genau, perfekt. Ich wollte dir gerade das Wort geben. Die Kamera musste nur einen kleinen Moment laden, weil du bist ja unser Experte dafür, wenn es um die Frage geht, wie es mit der Zukunft bestellt ist. Bitte, Daniel. Ja, danke erst mal, Florian, dass du die Debatte organisierst. Ich finde es gerade jetzt an diesem Punkt, wo wir stehen, ganz wichtig, dass wir diese Debatte führen. Das ist ja schon angesprochen worden. Auch ich habe natürlich gesehen, mit viel Angst und ein Stück Verwunderung, als die Corona-Krise richtig losging bei uns, wie sehr wir im ersten Reflex wieder in das Nationale zurückgefallen sind. Und das ist ja, Ulrike hat das angesprochen, wie wir plötzlich die Grundfreiheiten der Verträge auch bei uns in der Union auseinander dividieren. Wir haben ja in den Brexit-Verhandlungen bisher immer gesagt, die Reisefreiheit, die Freiheit für das Kapital, für den Warenverkehr und so, die kann man nicht auseinandernehmen. Und das ist eines der Grundprinzipien gewesen für uns in diesen Brexit-Verhandlungen und ist es ja auch immer noch. Und in dieser Krise scheint es uns aber doch dann trotzdem, wie diese Fälle, die Ulrike gerade alle geschildert hat, scheint das anders zu sein. Und plötzlich machen wir einen Unterschied zwischen Waren und den Menschen. Und es sorgt natürlich dafür, dass unsere gemeinsame Antwort auf Corona nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Denn wenn plötzlich auch wichtige Waren an Grenzen aufgehalten werden, die wir für die medizinische Versorgung brauchen, wenn einzelne Mitgliedstaaten medizinische Sachen beschlagnahmen oder eben, wie gesagt, Ärztinnen und Ärzte nicht mehr in die Krankenhäuser kommen auf der anderen Seite der Grenze, dann ist ja unsere Antwort insgesamt schwächer als das, was sie eigentlich sein könnte. Weil die Krise uns ja doch immer bisher sehr punktual in einigen Regionen getroffen hat. Und wenn wir aber die jeweils Betroffenen dann eben auf die Gesamtkapazität der Krankenhausbetten in Europa verteilen, dann können wir damit ja viel besser umgehen. Es ist in der Zwischenzeit, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Wir helfen deutlich mehr. Es wird deutlich mehr Material über Europa dahin verteilt, wo es hin muss. Aber ich sehe so ein bisschen, jetzt kommt ja im Grunde die zweite Hilfswelle, die nötig ist. Nach der ersten medizinischen Welle trifft uns ja jetzt die wirtschaftliche Welle besonders hart. Ihr habt es alle mitbekommen, die Arbeitslosenzahlen, die jetzt langsam reinkommen aus Österreich, aus vielen Ländern in Europa, wie viele Menschen gerade ihren Job oder teilweise ihre wirtschaftliche Existenz, ihre Unternehmen riskieren zu verlieren. Das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Und ich muss sagen, jetzt haben wir vor, die Euro- und Finanzkrise ist ja noch nicht so ewig lange her, die Erfahrung daraus. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir einige der Fehler, die wir in der Euro-Krise gemacht haben, gerade was den Mangel an Solidarität angeht, dass wir, wenn man vergleicht, wie Europa auf die Wirtschafts- und Finanzkrise reagiert hat, im Vergleich zum Beispiel zu den USA, dass wir uns so lange gestritten haben, ob man jetzt dem Land und unter welchen Bedingungen in der Krise hilft oder die dazu zwingt, noch in diese Krise reinzusparen. Dann war es in der letzten Krise ja schon so, dass wir das viel länger und schmerzhafter gemacht haben, als es eigentlich hätte sein müssen. Und ich befürchte so ein bisschen, so wie die Debatte im Moment läuft, dass wir das wiederholen. Wir sehen in den USA bei allen Fehlern, die Trump produziert und der schlechten Politikführung. Das, was jetzt in den USA geklappt hat, ist man, dass man sich direkt auf ein 2 Billionen US-Dollar starkes Hilfspaket einigen konnte. Und wir in Europa haben die Debatte jetzt erst mal auf noch mal zwei Wochen vertagt. Und im Grunde streiten wir über viel, viel kleinere Summen, weil das, was gemeinsam an europäischem Geld bisher irgendwie diskutiert wird, über den EU-Haushalt, über eventuelle Schuldengarantien oder so weiter. Da geht es ja um viel, viel kleinere Summen als das, was in den USA da diskutiert wird. Und trotzdem zerfasern wir uns direkt wieder in dieselbe Debatte, inwiefern jetzt manche Länder selbst verschuldet oder nicht, eh schon in einer schwierigeren Situation waren. Und ob man denen jetzt hilft oder nicht. Aber am Ende führt es halt dazu, dass wir alle, auch die Länder, die jetzt vielleicht bessere Haushaltssituationen haben, werden am Ende schwächer rausgehen, werden länger an der Krise leiden, als das, wenn wir gemeinsam stark jetzt da das Problem angehen. Ich glaube, es ist völlig klar, wir hatten auch vor der Corona-Krise ja schon Probleme bei der gemeinsamen Solidarität. Aber das kommt jetzt eben mit voller Wucht, glaube ich, wieder, wenn es wirklich wieder zu einer starken Rezession kommt. Ich glaube, dass wir genau deshalb, und das bin ich auch Florian so dankbar, dass wir die Debatte heute führen, dass wir deshalb, sobald es jetzt in den Bereich geht, dass wir das Schlimmste der Erkrankungen überwunden haben. Und es sieht ja so ein bisschen danach aus, dass wir diese oder spätestens nächste Woche, wenn alles gut geht, in vielen europäischen Ländern sozusagen den Peak der Neuinfektion vielleicht erreichen können und die Situation langsam unter Kontrolle kriegen, dass wir dann jetzt eine Debatte darüber führen, wie wir in Europa einigermaßen wieder besser zusammenarbeiten können, wie wir hinkommen zu mehr Solidarität, welche Sachen wollen wir gemeinsam machen und auch natürlich gerade die Frage, mit wie viel Geld wir das gemeinsam machen wollen. Wir hatten ja bis kurz, also bis in den Anfang jetzt der Corona-Krise, waren wir ja mitten in den Haushaltsdebatten für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Und das war ja wirklich eine, eine Abstrus, wie diese Debatte geführt wird, wie wenig Geld wir für gemeinsame Lösungen in Europa ausgeben wollen, wo ja viele von uns sehen, dass wenn wir Sachen gemeinsam machen, anstatt sie in mindestens 27, wenn nicht noch mehr Teile zu zerlegen, dass wir dann einfach bessere und auch günstigere Antworten geben können. Ich hoffe sehr, dass wir mit der aktuellen Situation, auch mit der Lockerung zum Beispiel von Schuldenbremsen in vielen europäischen Ländern, dann jetzt auch beim europäischen Haushalt, diese Vernunft sich durchsetzt, dass wir auch da mehr Geld in die Hand nehmen können, gemeinsam als Europäer, gerade jetzt auch mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Ulrike hat es schon angesprochen, die Situation in Ungarn. Es gibt ja in der ganzen Reihe Mitgliedstaaten-Situationen, wo im Moment Regierungen quasi die Notsituation ausnutzen, Maßnahmen durchzubringen, die überhaupt nichts mit dem Kampf gegen Corona zu tun haben, sondern mit dem Kampf gegen die Demokratie oder gegen unliebsame Opposition. Ich halte das für eine Riesengefahr für die EU. Wir haben ja gerade in Ungarn eine Situation, wo das eben auch schon sehr, sehr lange läuft. Orbán baut seit zehn Jahren an der illiberalen Demokratie in Ungarn. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit mit diesen Notstandsgesetzen, die er da diese Woche beschlossen hat und mit den Gesetzen, die er jetzt direkt 48 Stunden später nachgelegt hat, ist für mich so ein bisschen die, also ist die Grenze wirklich überschritten, wo was passieren muss. Und ich glaube, die Reaktion der EU muss jetzt sehr klar sein. Man muss auf der einen Seite Vertragsverletzungsverfahren einleiten, weil ich wirklich der Meinung bin, dass die Gesetze, die da beschlossen wurden, also nichts mehr mit den Grundwerten der EU zu tun haben. Und ich glaube auch, dass die EU jetzt Ungarn die Gelder kürzen muss. Und es gibt ja, also wir verhandeln ja im Rat und auch das Parlament hat dazu ja noch in der letzten Legislatur einen Vorschlag gemacht für diesen Rechtsstaatsmechanismus. Aber es gibt auch in den aktuellen Regeln, zum Beispiel für die Strukturfonds, schon Möglichkeiten, Gelder einzufrieren, wenn das Management und auch die Kontrolle dieser Gelder nicht mehr normal gewährleistet ist. Und ich finde, es ist jetzt keine übertriebene Interpretation, dass wenn ein Parlament seiner Kontrollfunktion gegenüber der Regierung nicht mehr normal nachkommen kann, weil es eben auf unbestimmte Zeit quasi umgangen wird jetzt in Ungarn, dann zu sagen, dass die normalen Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren und dass man deshalb dann die Zahlung von Strukturfonds nach Ungarn aussetzt, finde ich normal. Und das ist eben das, glaube ich, einzige Werkzeug, was am Ende wirklich verstanden wird in Ungarn. Deswegen kann ich euch alle nur ermutigen, unterzeichnet bitte unseren gemeinsamen Aufruf dafür, dass wir da Druck auf die Kommission machen. Ich würde mit dem letzten Punkt schließen. Ulrike hat gesagt, wir haben eventuell aus den letzten Krisen nicht mehr dieses Integrationsmomentum danach genutzt. Und ich würde es vielleicht einen Ticken positiver sehen, weil klar haben wir, gerade auch wir Grüne, uns ja viel, viel mehr noch gewünscht an Antwort auf die Euro- und Finanzkrise. Aber ich würde schon sagen, das, was wir an Bankenunion und an gemeinsamen Antworten aus der letzten Krise gelernt haben, würde ich schon noch als positiven Beitrag zur europäischen Integration werten. Und ich hoffe und arbeite sehr, sehr stark daran, dass wir eben auch aus dieser Krise am Ende hoffentlich gestärkt vorgehen und dass wir mit dieser Konferenz zur Zukunft der EU, die das Parlament ja gerade vor, bevor Corona losging, noch angeschoben hat, dass wir, sobald wir über den Berg sind, eben diese Arbeit wieder aufnehmen und eine große, breite Debatte führen, darüber, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das, was das Parlament da vorgeschlagen hat, mit gelosten Bürgerversammlungen, nach dem Vorbild von Irland, von Frankreich, von vielen gelosten Bürgerversammlungen, die es mittlerweile in ganz Europa gibt, dass wir damit ein neues Werkzeug, ein neues Instrument haben, um hoffentlich genug öffentlichen Druck aufzubauen, gerade auf die Regierungen der Mitgliedstaaten, dass wir, dass wir die nächsten Integrationsschritte schaffen und dass die Europäische Union auch die Antworten geben kann auf die großen Fragen unserer Zeit, die sich ja alle wünschen. Und dass wir nicht mehr diese, diese selbsterfüllende Prophezeiung haben, so wie es jetzt einige versuchen zu sagen, guckt, in der Corona-Krise kann die EU nicht antworten. Ja, natürlich kann sie nicht antworten, weil man ihr nicht die Zuständigkeit, das Geld, die Werkzeuge gegeben hat, um zu antworten. Aber dass wir diese Barriere überkommen und in Zukunft die Union eben auf diese kontinentalen Herausforderungen wirklich adäquat reagieren kann. Soweit vielleicht erst mal. Vielen Dank. Ich habe mir erlaubt, in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen die Fragen zu clustern. Also ganz kurz zur Erklärung, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt schriftlich eine Frage stellen, dann über das Fragentool, dann kriege ich die hier und kann die ein bisschen sortieren und in die Debatte einspeisen. Und wir machen gleich zwischendurch auch noch mal eine Runde, wo wir für Leute das Mikro freischalten, damit sie selber ihren kleinen Diskussionsvertrag die Frage vorstellen können. Da würde ich aber jetzt schon mal alle bitten, zu gucken, dass sie ihr Handzeichen ausmachen, wenn sie nichts sagen wollen gleich und nur die es anlassen oder anmachen, die ein Interesse haben, auch über das Mikro was beizusteuern. Aber jetzt erst mal aus den Fragenblöcken, die ich schriftlich bekommen habe. Und zwar kam von Julius die Frage, was kann man für ein souveränes Europa eigentlich noch tun? Und Rosemarie ergänzt, braucht die EU nicht, vielleicht auch im übertragenen Sinne, eine Werbekampagne? Vielleicht gerade bei den Staaten, die nach der Wirtschafts- und Finanzkrise den Spardruck gespürt haben und wenig von der EU bekommen ist, außer Auflagen. Damit würde ich vielleicht als erstes Richtung Ulrike gehen. Ja, dann danke ich für die Fragen. Was kann man für europäische Souveränität tun? Also wir jetzt sozusagen unmittelbar erst mal gar nichts. Das ist jetzt im Prinzip auch meine, wie soll ich sagen, c'est gratuit, sagen die Franzosen, dass man einfach erst mal darüber nachdenkt, was das denn wäre, Souveränität. Und es ist mir schon wichtig, dass wir das erst mal verstehen, was da passiert. Wir haben, weil die Europäische Verfassung unter anderem 2003 den Anlauf, den wir genommen haben, das haben die meisten ja auch vergessen, dass diese Verfassung nicht zustande gekommen ist, haben wir die Frage in der EU nicht beantwortet, wer entscheidet. In letzter Konsequenz haben wir diese Frage nicht beantwortet. Das heißt, in jeder Krise sehen wir immer wieder dieses Hin und Her, entscheidend jetzt die EU, Frau von der Leyen, was kann die überhaupt machen, oder entscheiden die Nationalstaaten? Und in letzter Konsequenz beruht halt die EU, wie sie ist, auf den Nationalstaaten. Und im Zweifelsfall, wenn die sich nicht einigen, entscheiden die Nationalstaaten wieder alleine, weil die Frage der Souveränität ungeklärt ist. Und was das Problem unserer Diskussion ist, ist, dass wir das immer so diskutieren. Entscheiden jetzt entweder die Nationalstaaten oder die EU. Mein Plädoyer wäre, dass wir uns in den nächsten Monaten der Diskussion, weil ich auch der Meinung bin von Daniel, dass wir diese Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union jetzt brauchen, dass wir erst mal verstehen, dass weder die Nationalstaaten noch die EU souverän sind, sondern souverän sind am Ende immer nur wir, wir die Bürger. Wir, die Bürger, sind der Souverän. Wir sind auch der, also um es mal ganz theoretisch zu formulieren, wir sind auch der Souverän der Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn Sie und ich jetzt selber nicht 1945 die Bundesrepublik mitgegründet haben, aber letzter Konsequenz sind wir der Souverän und nicht Frau Merkel. Und wenn wir das verstehen würden, dann würden wir vielleicht herauskommen aus dieser Spur, dass wir immer nur entweder EU oder Nationalstaat, sondern wir sagen, okay, wir sind 500 Millionen europäische Bürger. Dann ist die Frage, wenn wir der Souverän sind, wie organisieren wir die europäische Demokratie? Wie schaffen wir Repräsentation im System? Wie schaffen wir Partizipation im System? Wie schaffen wir Macht und Kontrolle im System? So wie wir das in jeder Demokratie machen. Dann diskutieren wir aber was ganz anderes, als ständig dieses Tauziehen zwischen Nationalstaat und Europa. Und ich fände es schon wirklich sehr viel gewonnen, wenn wir das auch im Sprachgebrauch übernehmen könnten und wenn wir in diese Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union das übersetzen könnten. Denn am Ende des Tages, wenn man das zu Ende denkt, dann würden wir wahrscheinlich erkennen, dass wir im Grunde in den derzeitigen Strukturen der Europäischen Union vermeintlich von einem Europäischen Rat regiert werden, aber im Grunde wir als Bürger nichts entscheiden. Und wenn wir das erkennen würden, dann könnten wir ja zum Beispiel die Forderung erheben, dass der Europäische Rat weg muss. Warum? Weil er in ganz vielen zentralen Fragen uns als Bürgerinnen und Bürger Europas, also uns, den Souveränen, nicht mehr angemessen repräsentiert. Ich mache es mal ganz beispielhaft. Wir haben belastbare sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass Mehrheiten, nach Ländern unterschiedlich, aber Mehrheiten zum Beispiel für eine Europäische Arbeitslosenversicherung sind. Würden wir also ein Parlament haben, was diese Mehrheiten angemessen abbildet, würden wir eine Europäische Arbeitslosenversicherung entscheiden können in Brüssel oder Straßburg. Wir entscheiden das aber im Moment im Europäischen Rat. Und da spielen wir natürlich Staaten gegen Staaten. Die Deutschen, die dann sagen, wir zahlen für die Italiener nicht und die Niederländer und die Österreicher, die sich hinter den Deutschen verstecken. Und deswegen haben wir im Prinzip eine Krise der Repräsentation. Und wenn wir über die Frage der Souveränität angemessen nachdenken würden und den Paradigmenwechsel so hinbekommen würden, wie ich das versucht habe zu skizzieren, dann wäre in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich schon viel gewonnen, weil ich tatsächlich felsenfest davon überzeugt bin, Thoughts become words, become action, become reality. Wir müssen das aussprechen, was wir wollen. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen europäische Souveränität als Bürgerinnen und Bürger Europas, wird sich was in der Debatte ändern? Davon bin ich fest überzeugt. Die zweite Frage mache ich ganz kurz. Brauchen wir die Werbe-Kantanie? Nein, brauchen wir nicht. Ich bin, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Freund von Werbung, ganz egal, ob für Waschmittel oder für die EU. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin, ist meine persönliche Meinung, ja, aber als Politikwissenschaftlerin würde ich sagen, wir brauchen Macht. Die EU wird sozusagen, die Werbe-Kampagne kommt ganz automatisch, wenn die EU mal Macht hätte. Also stellen Sie sich eine Sekunde vor, wir würden genau das tun, was ich eben beschrieben habe. Wir entscheiden in einem europäischen Parlament über eine europäische Arbeitslosenversicherung. Und dann entscheiden wir auch noch darüber, wie hoch das ist. Oder wir entscheiden über ein europäisches Grundeinkommen. Und es wird da wirklich abgestellt, abgestimmt. Ich garantiere Ihnen, die europäische Öffentlichkeit ist sofort da, weil die EU einfach Macht hätte oder weil Europa einfach Macht hätte. Und in dem Moment brauchen wir gar keine Werbe-Kampagne. Die Bild-Zeitung würde wahrscheinlich in zehn verschiedenen Sprachen erscheinen, ja, um das abzuwenden, dass es ein europäisches Grundeinkommen gibt. Und darüber würde die Debatte sozusagen durch die Habermas, würde ich sagen, die normative Kraft des Faktischen entstehen. Wir bräuchten Europa gar nicht zu bewerben, weil es einfach da ist. Das fände ich eigentlich den schöneren Traum für Europa nach der Krise. Da bin ich ganz bei Ulrike. Lass uns lieber das Produkt besser machen als eine Werbe-Kampagne für ein Produkt, was noch nicht völlig so gut ist, wie es vielleicht sein könnte. Nochmal zu dieser Frage Souveränität. Also in der Brexit-Debatte war ja dieses Take-Back-Control oder die Souveränität zurück nach Großbritannien zu holen. Also Ulrikes Sicht, dass die Souveränität am Ende beim Bürger liegt, ist, glaube ich, eine Sicht darauf oder ein Blickwinkel. Aber Souveränität für mich bedeutet ja auch, kann man überhaupt handeln? Hat man eine Option? Hat man die Macht, am Ende Sachen zu entscheiden? Und ich glaube, diese Debatte, ob jetzt Macht am Ende bei einem Nationalstaat oder bei einem Bundesland oder bei der EU liegt, ist insofern eine falsche Debatte, dass bei vielen Politikfeldern, bei Sachen wie Klimawandel, dabei, ob Großkonzerne ihre Steuern zahlen, was ist unsere Stimme in der Welt, ist die nationale Souveränität im Grunde eine Illusion. Weil Deutschland wird es alleine nicht hinbekommen, irgendwie Amazon vernünftig zu besteuern. Deutschland wird es nicht alleine hinbekommen, den Klimawandel abzuwenden oder unsere Werte und unsere Interessen in einer Welt zu verteidigen, sondern diese Souveränität gibt es, wenn überhaupt, ja überhaupt nur noch auf der europäischen Ebene. Das heißt, entweder wir haben gemeinsam die Macht oder noch den politischen Gestaltungsspielraum, das gemeinsam auf europäischer Ebene zu machen, oder wir geben es halt aus der Hand und können die Niederlage erklären und sagen, wir können das nicht regeln, wir können Großkonzerne einfach nicht besteuern, wir können unsere Interessen nicht vertreten, dafür sind wir zu klein. Und deshalb ist das, glaube ich, eine der großen Fehlinterpretationen, meiner Meinung nach von Souveränität, die die Brexiteers da gemacht haben. Der zweite Punkt mit dem Rat. Ich glaube, also ich würde noch einen Schritt weiter gehen, dass da ja wirklich das Problem der europäischen Demokratie liegt im Grunde hauptsächlich im Rat, weil das Europäische Parlament ist direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, aber keine nationale Regierung ist doch für ihre Europapolitik gewählt. Also in nationalen Wahlen spielt doch das, was man dann im Zweifel als Regierung vier oder fünf Jahre lang an Europapolitik macht, oft überhaupt keine Rolle. Und man schreibt ja, selbst wir als Grüne schreiben ja für die Bundestagswahl ein Wahlprogramm, was sich rein auf das bezieht, was wir dann im Bundestag an Bundespolitik machen, aber nicht darauf, was wir bei einer eventuellen Regierungsbeteiligung dann die vier Jahre lang im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union an Politik machen. Und dadurch, glaube ich, haben wir da wirklich auch ein Demokratieproblem. Einmal, weil es nicht über Wahlen richtig legitimiert ist. Und ich glaube auch, weil die Legitimationsketten halt viel zu lang sind. Weil wenn man das mal konkret durchgeht, wir wählen in Deutschland ja unsere Bundestagsabgeordneten, die wählen dann in dem zweiten Schritt die Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin, die bastelt sich ihre Regierung mit den Ministern, die überwachen ein Ministerium. Und dieses Ministerium entsendet dann jemanden in eine Ratsarbeitsgruppe, wo dann entschieden wird, welche Chemikalie genau wie reguliert wird oder was jetzt genau die Standards für Staubsauger oder Plastiktüten oder was auch immer sind. Und das ist, glaube ich, einfach eine viel zu lange Kette der demokratischen Kontrolle, die so nicht funktioniert und an die wir auf jeden Fall ran müssen. So, jetzt sind in der Zwischenzeit schon wieder ganz viele Fragen eingetrudelt. Ich versuche wieder so ein wenig zu sortieren. Vielleicht bearbeiten wir mal kurz diesen Block, weil dazu mehrere Fragen gekommen sind. Polen, Ungarn, der passt vielleicht an der Stelle auch ganz gut. Wir haben ja über Souveränität gesprochen und man braucht natürlich eine gemeinsame Basis, wenn man über eine Weiterentwicklung spricht, der Europäischen Union. Und die scheint gerade in Polen und Ungarn zumindest, was die dortigen Regierungen betrifft, ein Stück weit davon zu schwimmen. Und mehrere Fragen gingen in die Richtung, reicht eigentlich so ein Vertragsverletzungsverfahren aus? Müsste es nicht härtere Maßnahmen geben, schafft man es überhaupt noch der Situation vor Ort beizukommen und müsste man nicht die Opposition stärken? Vielleicht, ich weiß nicht, ich habe einen Punkt dazu, aber vielleicht, Daniel, willst du zuerst noch mal oder Ulrike? Daniel, mach du ruhig zuerst. Nee, 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 mach du mal, Daniel, zu Ungarn und so. Also, ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das Artikel-7-Verfahren nicht funktioniert. Also, das sehen wir ja nun seit vielen Jahren. Es gibt jetzt zwei laufende Artikel-7-Verfahren gegen Polen und gegen Ungarn. Und die führen nirgendwo hin und da passiert nichts. Also, dieses Instrument, glaube ich, muss man anerkennen, dass das nicht funktioniert. Vertragsverletzungsverfahren funktionieren. Wir haben, das ist ja ein Instrument, was wir ständig und auch nicht nur in Polen und Ungarn, sondern in allen möglichen Mitgliedstaaten anwenden, wenn immer EU-Recht nicht vernünftig umgesetzt wird. Wenn die Verträge nicht eingehalten werden, dann gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Und da muss man sagen, dass das im Großen und Ganzen funktioniert. Und selbst in Polen und Ungarn muss man sagen, dass wenn der EuGH am Ende Sachen festgestellt hat, zum Beispiel, was die Absetzung der RichterInnen in Polen angeht, als das EuGH-Urteil dann kam, sind die RichterInnen wieder zurück in ihre Funktion gegangen. Und Polen hat dieses Urteil akzeptiert. Es ist natürlich so, dass das oft lange dauert. Und trotzdem man in der Zwischenzeit im Zweifel schon politische Realitäten schafft im Land und eine Opposition verunsichert oder Leute aus dem Land treibt oder was auch immer, bis dann so ein Verfahren durch ist. Aber ich glaube erst mal, das Instrument Vertragsverletzungsverfahren ist auf jeden Fall eins, was man weiter einsetzen muss. Da, wo ich die große Hoffnung sehe, ist am Ende beim Geld. Weil Polen und Ungarn und andere Staaten, die erheblich von EU-Geldern profitieren, das ist der wunde Punkt, wo man sie am Ende treffen kann. Und da eine gute, diesen Link herzustellen zwischen, man muss sich an Rechtsstaatsprinzipien und an die Grundwerte halten, sonst werden einem die Gelder gestrichen oder im Zweifel werden die Gelder nicht gestrichen, sondern an den Regierungen vorbei, direkt ausbezahlt. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen. Dazu gibt es einen Vorschlag auf dem Tisch. Es scheint so zu sein, dass mittlerweile auch alle Regierungen mehr oder weniger akzeptiert haben, dass es so einen Mechanismus geben muss. Die Frage liegt am Ende genau im Detail, wie wird der Mechanismus ausgelöst, auf welchen Kriterien wird dann analysiert, was genau sind die möglichen Sanktionen und wie schnell können die kommen. Das sind die Sachen, die im Moment noch diskutiert werden. Wir hatten leider beim vorletzten Europäischen Rat eine Situation, wo Charles Michel als Präsident mit der neuen Verhandlungsposition, die er da reingebracht hat zum mehrjährigen Finanzrahmen, diesen Auslösungsmechanismus im Grunde noch mal deutlich geschwächt hat. Wir wollten, das Europäische Parlament und auch die Kommission wollten, einen Auslösungsmechanismus, der erstmal, eine Kommission löst das Verfahren aus, sagt zum Beispiel in Ungarn jetzt werden die Grundwerte so verletzt, dass wir da Mittel streichen wollen. Und es müssten sich dann eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen aussprechen, dass es zu einer Sanktion kommt. Und das würde natürlich die Hürde, um dann noch eine Sanktion zu stoppen, sehr, sehr hoch setzen, weil Ungarn dann eben eine große Zahl von Mitgliedstaaten mobilisieren müsste, dagegen vorzugehen. Das, was Michel jetzt vorgeschlagen hat, ist genau andersrum. Also es müsste, damit das Verfahren ausgelöst wird, müsste sich eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür aussprechen. Und das macht es natürlich in die andere Richtung sehr, sehr schwer, weil es heißt jetzt, dass ein Land wie Deutschland zum Beispiel oder auch Frankreich müsste im Grunde politisches Kapital dafür aufwenden, um den Rechtsstaat in anderen Mitgliedstaaten durchzusetzen. Und wir haben gesehen, überall da, wo es das schon gibt, zum Beispiel beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, führt es einfach dazu, dass es dann nicht passiert, weil die Mitgliedstaaten eben im Grunde in so einer Situation sind, wo sie sehr, sehr große Hemmungen dafür haben, irgendwie gegeneinander vorzugehen, weil sie wissen, man ist in einer ständigen Verhandlungssituation und das kommt einem dann irgendwie in der nächsten Verhandlung ungelegen, wenn sich das eine Land dann daran erinnert, dass man da ungesuchtsam war. Wir haben noch ganz viele Fragen. Genau, deswegen würde ich noch einen Punkt an der Stelle kurz ergänzen, weil der mir auch aus bayerischer Perspektive wichtig ist. Ich glaube, wir müssen auch sehen, das eine ist natürlich, dass man die offiziellen Verfahren anstrengt, die vorgesehen sind. Das, was Daniel gerade noch mal ausführlich beschrieben hat. Das andere ist, dass man auch im Klaren darüber sein muss, naja, es ist ja immer noch so, dass diese Länder massiv von ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitieren und vor allem auch vom Binnenmarkt. Und ich bin der Meinung, dieser Binnenmarkt ist eigentlich nichts wert, wenn er nicht in der Lage ist, auch dafür zu sorgen, dass die gemeinsamen Grundwerte Bestand haben. Und was wir jetzt zum Beispiel in Bayern machen, uns schon noch mal ganz genau anzuschauen, wie sind gerade eigentlich die wirtschaftlichen Verflechtungen, wie viel Wohlstand wird eigentlich dadurch generiert und auch wie viel zum Beispiel bayerische Steuerzahlergeld wird eingesetzt für Bürgschaften, für Unternehmen, damit die Auslandsinvestitionen dort absichern können, über die Landesförderbanken, über gemeinsame Industrie- und Handelskammern. Es gibt also auch auf regionaler Ebene eigentlich ganz viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, auch klarzumachen, man wäre bereit, da Einfluss zu nehmen, wenn sich diese Situation nicht verbessert in Polen, in Ungarn entsprechend. Also das ist jetzt aus bayerischer Sicht vor allem Ungarn spannend. Also dass man da auch Bereitschaft hat, auf dieser regionalen Ebene untereinander mehr zu schauen, was passiert da und das eben auch als Bestandteil des Binnenmarkts zu begreifen und das Funktionieren des gemeinsamen Wirtschaftsraums, dass solche Regeln eingehalten werden. Jetzt würde ich Ulrike noch mal kurz fragen, ob sie was ergänzen möchte. Ich glaube, wenn ich die Wortbeiträge jetzt von Daniel und dir zusammenziehe, ja, also die Ungarn-Rechtsstaatlichkeit, was da nicht funktioniert und das, was du jetzt gesagt hast, also dass im regionalen Bereich tatsächlich sehr viel funktioniert, auch in den Bereichen, wo man meistens gar nicht hinschaut, also diese ganzen Bürgschaften und so weiter und so fort, dann fällt mir dazu genau das ein, was Daniel vorher schon gesagt hat, nämlich, dass die Wege in der EU offensichtlich zu lang sind. Und wir denken das nicht zusammen, dass das auf der regionalen Ebene viel passiert, dass aber das, was da auf dieser regionalen Ebene passiert, oftmals nicht direkt gekoppelt ist an das, was an Europa passiert. Und ich glaube, da liegt irgendwie ein Schlüssel. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die meisten Bürger das mittragen würden, ja, dass man im Prinzip so unmittelbare Zuständigkeit für diese regionalen Supportstrukturen, Beihilfeförderung und so weiter, dass das irgendwo in so einem föderalen System auf regionaler Ebene bleibt, aber dass man andererseits für die großen Dinge, digital, Google gegen Amazon vorgehen, Finanztransaktionssteuer und so weiter, eine direkte Kopplung hätte zwischen den Bürgern und den Entscheidungen auf europäischer Ebene, weil da muss Europa im Grunde handlungsfähig sein. Und ich glaube tatsächlich, dass man in diese Richtung denken müsste. Also ich meine, ich tue das ja mit dieser Idee der Europäischen Republik, die übrigens eine föderale ist, ja. Also die meisten Leute denken ja immer, Europäische Republik ist Superstaat. Aber darum geht es gar nicht, ja. Sondern es geht im Grunde um die Rechtsgleichheit der Bürger in einer anders aufgestellten europäischen Demokratie und Rechtsgleichheit heißt nicht Zentralismus. Das muss man wirklich verstehen. Wir sind auch in der Bundesrepublik, sind wir nicht zentralistisch aufgestellt. Wir sind aber gleich vor dem Recht als Bundesbürger. Und zwar ganz egal, ob wir in Bayern, Baden-Württemberg oder Mecklenburg-Vorpommern sind. Wir kriegen alle das gleiche Hartz IV zum Beispiel. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir Rechtsgleichheit und Zentralismus nicht verwechseln. Und deswegen versuche ich, das zusammenzudenken, nämlich im Prinzip eine republikanische Komponente, die Rechtsgleichheit, die uns die bessere Demokratie auf europäischer Ebene verschaffen würde, zusammen mit einer föderalen Komponente, die die Regionen und das, was da passiert, alles hineintun würde. Und ich glaube tatsächlich, dass vieles von den Sachen, die wir jetzt machen, also gucken wir mal auf die EIB, die Europäische Entwicklungsbank, die jetzt eben guckt, was können wir lokal fördern, ja. Dafür brauchen wir keine nationale Ebene mehr. Das ist tatsächlich die Schlaufe vielleicht zu viel, die Daniel eben auch genannt hat, da, wo die Leute das nicht mehr nachvollziehen können, wer eigentlich irgendwo was macht, ja, wo die direkte Rückkopplung fehlt. Ich würde mir wünschen, dass wir da in Zukunft ein bisschen mehr hinschauen, weil da scheint mir tatsächlich nicht nur ein kleines Geheimnis oder ein Schlüssel zu liegen, wie wir nach der Krise da besser rauskommen. Ich glaube sogar, dass die meisten Bürger dafür mitgenommen werden können, wie es heute so schön heißt, ja. Weil sie würden nämlich genau das sehen, dass sie entscheiden können, da, wo sie sind, aber gleichzeitig einen direkten Hebel auf die europäische Entscheidungsebene haben. Super, vielen Dank. Jetzt gehen wir in eine Runde Handzeichen rein. Es haben sich ganz, ganz viele gemeldet. Seid bitte nicht böse, wenn ihr nicht zum Zug kommt. Und wir haben auch noch über 20 Fragen, die gestellt worden sind, teilweise sehr ausführlich. Wir werden also nicht alles schaffen. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich den Andreas Tilka freischalten kann. Andreas, hörst du uns? Kannst du sprechen? Schalte dein Mikro ein. Ja, ich höre euch. Wunderbar. Dann hast du jetzt die Gelegenheit, kurz deinen Beitrag einzuspeisen. Ja, meine Frage, die ich dir geschickt habe, war, wie kriegen wir den rasenden Finanzkapitalismus entschleunigt? Denn alles dreht sich ums Geld. Und das, was zurzeit passiert, scheint mir, dass die Finanzkapitalismus entschleunigt, gerade in dieser Krise, dass niemand in der Politik mal die Börse stoppt und sagt, halt, stopp, wir lassen nicht mehr zu, dass hier Leute aus so einer Krise noch Profit schlagen. Und da würde ich mich für interessieren, was für Möglichkeiten seht ihr denn? Was für Visionen? Und für mich war der Beitrag oder der Gedanke wirklich entscheidend, was für Visionen entwickeln wir denn jetzt, um nicht nur in dem Klein-Klein hängen zu bleiben, wie man institutionell da kleine Schräubchen dreht. Okay, super, danke. Ich schalte dich jetzt wieder stumm. Wir haben also eine Frage reinbekommen. Ich würde vielleicht noch was dazu ziehen, was eben auch über die Fragen reingekommen ist, über die schriftlichen. Und zwar, wie ist es denn, sorgt die Krise vielleicht dafür, dass wir in Europa stärker jetzt auch wieder den Wert öffentlicher Güter begreifen, wie die Stabilität des Gesundheitssystems, was ja in Teilen unter der Nachwirtschaftskrisenpolitik der EU oder der Mitgliedstaaten auch gelitten hat. Das würde ich vielleicht als erstes an Ulrike ein Stück geben. Ja, ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich glaube, wir haben uns noch nicht entschieden, als Gesellschaft noch nicht, als in Europa noch nicht, ob wir eine Strategie haben, die darauf abzielt, dass wir durch die Krise möglichst gut durchkommen und das alles abstützen, abfedern, was auch immer wir da jetzt machen, mit der Perspektive, dass, wenn alles vorbei ist, es wieder so wird wie vorher. Ja, ich habe das Gefühl, dass ein Teil der Öffentlichkeit noch das denkt, dass wir jetzt da irgendwie durchkommen, das alles stabilisieren und am Ende wird alles wieder normal, wird alles wieder hochgefahren. Ja, das ist ja auch so, wie es jetzt erzählt wird. Dazu müsste man dann fragen, war das, was wir vorher gemacht haben, normal? Oder war das, was wir vorher hatten, letal? Wir hatten ja jetzt gerade die Frage, dieser Finanzkapitalismus, muss man das nicht mal beenden? Ja, und ich weiß das nicht. Und ich halte das für eine im Moment offene Frage, ob wir uns darauf verständigen, dass wir irgendwie durch die Krise wollen, um ein System wieder hochzufahren. Und dann müssten wir die Frage beantworten, war das System vorher eigentlich gut und haben wir einen Veränderungswunsch? Oder aber einigen wir uns jetzt darauf, und das war jetzt die Frage nach den öffentlichen Gütern und so weiter, dass wir sagen, wir machen gerade so eine krasse Erfahrung, dass Finanzmarktkapitalismus, Privatisierungen und so weiter, dass das alles nicht funktioniert und dass es uns in diesem Moment auf die Füße fällt. Und wir ziehen daraus die Lehre, dass wir die Wirtschaft umbauen zu, sagen wir mal, organischeren Formen des Wirtschaftens. Das ist ja auch unser europäisches Kulturgut. Die Genossenschaft, die Gemeinnützigkeit, die Respublica, die Communitas, die Pacht anstatt Eigentum. Also wir haben ja jede Menge Gemeinwohl, ökonomische, katholische Soziallehre, Formen von anderen Wirtschaften, auch als ideologische oder ideelle Grundlage auf diesem Kontinent. Die sind alle ein bisschen verschütt gegangen. Ich sehe das wie Sie, dass wir das im Moment gerade wieder aktivieren und sagen, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn da gemacht? Ändern wir das? Aber die Frage bleibt, haben wir und generieren wir aus dieser Krise genug Veränderungspotenzial? Das, was sich mir scheint, ist, dass Sie die eine Seite der Debatte darstellen, die sagen, ja, wir wollen das jetzt alles besser machen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. In Portugal gibt es im Moment 33 öffentliche Krankenhäuser und 50 Privatkliniken. Die 50 Privatkliniken haben alle zugemacht und ihr Personal entlassen, weil die im Moment keine Operationen durchführen können, die nicht mit Corona verbunden sind und an denen man Geld verdienen kann. Das heißt, ganz Portugal lebt jetzt von 33 Krankenhäusern. Und daraus könnte man die Lehre ziehen, dass man nach der Krise sagt, nein, das Gesundheitssystem muss wieder verstaatlicht werden oder Anstalten des öffentlichen Rechts werden. Und das machen wir dann europaweit und das stabilisieren wir europaweit. Oder man kann eben sagen, nach der Krise ist alles wieder wie zuvor. Ich weiß das nicht. Das Einzige, was ich sehe und beobachte, ist, dass wir im Moment das wirklich wahnsinnig strittig diskutieren. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Einlassung von Christian Lindner anschauen, dann sagt er ja von der anderen Seite, die Krise darf auf keinen Fall zum Vorwand genutzt werden, damit wir jetzt solche grotesken Sachen machen, wie Verstaatlichung, während Kevin Kühnert da steht und sagt, wunderbar, diese Krise führt uns jetzt vor Augen, dass wir die Vergemeinschaftung von BMW, die ich schon von einem Jahr vorgeschlagen habe, jetzt mal hinbekommen. Damit will ich nur sagen, die Kontingenz dessen, was wir gerade erleben, ich halte das für absolut offen. Ich glaube, das kann in die Richtung und in die Richtung gehen. Ich wünsche mir, es würde in die Richtung von Respublika, öffentlichen Gütern, weg von den Privatisierungen gehen und auch von Einzähmung, Finanzmärkte, was immer man darunter versteht. Und da möchte ich den Grünen wirklich mal ein großes Kompliment machen. Ja, was Sven Giegold da geleistet hat und so, das ist einfach großartig. Also ich wünschte mir, dass wir dieses Fenster der Geschichte nutzen können, um das dahin zu tun, in diese Seite zu schieben. Ich sehe aber, dass andere Leute, und das darf man, glaube ich, bei solchen Debatten nicht unterschätzen, dass andere Leute eben auch eine Agenda haben und auch Machtposition haben und zwar nicht so schlecht. Und wer das interessiert, wir können das hier nicht ausdiskutieren, aber vor zwei Tagen oder drei, am Montagabend, gab es von der Böll Stiftung ein Webinar mit Gerhard Schick, der ja auch mal für die Grünen im Bundestag war und der Finanzwende.de jetzt als NGO betreibt. Und der hatte Adam Toos zu Gast. Und wenn Sie einen Moment finden, dann laden Sie sich das, das ist jetzt schon vor Download da eingestellt bei der Böll Stiftung, laden Sie sich das herunter, hören Sie sich die Diskussion an oder den Beitrag von Adam Toos. Und dann wird man, glaube ich, verstehen, dass wir jetzt vielleicht diskutieren, wie man das in diese Richtung öffentliche Güter schieben kann, aber dass andere Leute global gesehen längst schon diskutieren, was heißt diese Krise für the global economy? Wer sind die Winner? Wer sind die Loser? Was wird aus der Petrochemie, aus den großen Konzernen? Wird das die Chinesen stärken? Was machen die emerging countries? Und so weiter. Und wenn man sich dieses Panorama anguckt, dann würde ich immer noch sagen, wir sollten kämpfen für weniger Privatisierung und mehr öffentliche Güter. Aber dann müssen wir wirklich dafür kämpfen. Das scheint mir nicht ausgemacht, dass das der notwendige Ausgang der Krise ist, dass wir wieder sozusagen mehr Sozialstaatlichkeit haben, wie das in den 1970er Jahren noch war, bevor die neoliberale Agenda begonnen hat. Ich halte das nicht für ausgemacht. So, dann würde ich jetzt einfach, damit wir ein bisschen Hände schaffen, gleich die nächste Hand nehmen und würde jetzt Christine Erzberger mal freischalten. Christine, du kannst sprechen. Okay, ich mache einfach weiter mit dem, äh, nächste in der Liste, wäre Elisabeth Mandel-Beenke. Dann versuchen wir dich. Elisabeth. Jetzt hast du dich wieder stumm geschaltet. Bist du da, Elisabeth? Jetzt bin ich da. Also, was mich im Moment sehr, sehr bewegt, ist der Umgang mit Italien, Solidarität mit Italien und die ganze Frage der Euro-Bonds beziehungsweise der Corona-Bonds. Und ich wollte da einfach ein bisschen mehr Informationen haben dazu, wer die finanzieren könnte und welche Instrumente es gibt, diese Corona-Bonds auszugeben. Denn klar ist ja, und das ist ja schon häufig gesagt worden, dass es nicht über die Europäische Zentralbank gehen wird. Welche Rolle könnte da zum Beispiel die Europäische Investitionsbank spielen? Das ist für mich jetzt eine ganz zentrale Frage, ob wir diese Bank nicht bei der Überwindung der Krise in weit stärkerem Maße nutzen können, als es bisher der Fall war. Vielen Dank. Dann dazu gab es auch einen Block an schriftlichen Fragen. Ich würde das kurz zusammenfassen mit der, die du hast. Und zwar, genau, wie läuft das eigentlich mit den Corona-Bonds? War auch eine schriftliche Frage. Hinweis mit dieser Appell, we are in this together. Was ist die Haltung der Grünen und müssten die europäischen Grünen da nicht mehr tun? Sollten die Bonds ein Einfluss oder sollten die nicht so ausgerichtet sein, dass man, wenn man auf Wiederaufbau von Wirtschaft setzt, auch soziale und ökologische Kriterien in den Vordergrund stellt? Und das letzte, vielleicht ein bisschen kritische Nachfrage, ist das nicht eigentlich alles zu viel Utopie? Und zum Erklären wieder der Stand auf europäischer Ebene ist, würde ich am ersten an Daniel weitergeben. Genau, also viele von uns europäischen Grünen zusammen mit vielen italienischen Politikern und vielen, vielen Wirtschaftsprofessoren haben ja heute genau diesen Appell gestartet für mehr Solidarität und für gemeinsame Corona-Bonds. Vielleicht noch mal einmal kurz zur Erklärung. Also, wenn man aktuell schaut, wenn sich die Staaten verschulden wollen, dann gibt es ja europäische Richtlinien, was sie machen dürfen. Also es gibt diese Defizitkriterien. Ein Land darf nicht mehr als 3% Defizit seiner öffentlichen Haushalte haben und sollte nicht mehr als 60% Staatsverschuldung haben. Wir haben eine ganze Reihe Länder, die über viele, viele Jahre diese Regeln gebrochen haben. Wir als Deutsche und zusammen mit den Franzosen waren, nachdem die Regeln eingeführt wurden, mal in den frühen 2000ern waren die Ersten, die gegen diese Regeln verstoßen haben. Seitdem, glaube ich, hat so ziemlich jedes Land mal irgendwann dagegen verstoßen. Nun ist es so, alle möglichen Länder haben unterschiedlich hohe Schulden. Wir wissen, dass Italien gerade zu einem der Länder gehört, die die höchste Staatsverschuldung haben in Europa. Und wir haben in der Vergangenheit immer in Krisen gesehen, dass wenn Länder mit hoher Staatsverschuldung dann noch zusätzlich in die Krise geraten, dass dann die Zinssätze, die sie bezahlen müssen, um sich noch weiter Geld zu leihen, in die Höhe schießen. Und führt dann dazu, dass die dann also viel mehr Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren als andere Länder in der EU. Und dafür haben wir in der Wirtschafts- und Finanzkrise den europäischen Stabilitätsmechanismus geschaffen, der dann eben einschreiten soll, um dafür zu sorgen, dass also Länder nicht breite gehen oder überhaupt nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen können, keine Renten, keine Krankenversicherung oder so mehr ausbezahlen. Aber immer verknüpft beim ESM eben mit Auflagen für Reformen. Spannenderweise haben viele der Reformen, die wir da im Zuge der Euro- und Finanzkrise eben durchgesetzt haben, in Griechenland, in Portugal, in anderen Ländern, genau dazu geführt, dass sie jetzt diese Krise mit Corona deutlich schlechter darauf reagieren können, weil wir eben gerade im Gesundheitssektor häufig auf Kürzungen, auf Privatisierung und so weiter gedrängt haben, was jetzt heißt, da ist jetzt weniger Kapazität. Die Italiener und auch die Spanier, die eben, also die Italiener sind uns ja also irgendwie zehn Tage oder so in dieser Corona-Wicklung immer voraus gewesen, haben also auch die wirtschaftlichen Konsequenzen deutlich früher gespürt als wir und wünschen sich, nachdem sie bei den medizinischen Sachen schon nicht so richtig die europäische Solidarität gesehen haben, wünschen sich eben jetzt sehr, sehr, dass es zumindest beim Umgang mit der nun folgenden Wirtschaftskrise, dass es da jetzt europäische Solidarität gibt und machen sich eben, wie auch wir Grüne, für Corona-Bonds stark heißt, wir leihen uns als Europäer gemeinsam Geld. Das können die Italiener dann ausgeben für das, was sie jetzt eben gerade brauchen und zahlen aber dann einen Zinssatz, der deutlich niedriger ist, als den, den sie bezahlen müssen, wenn sie sich alleine Geld leihen, weil wenn wir uns als Europäer gemeinsam Geld leihen, dann sind halt die Zinssätze immer deutlich niedriger. Die anderen möglichen Antworten, die es gibt und die ja jetzt irgendwie die Niederländer oder die deutschen, die deutschen Bundesregierungen da in den Raum stellen, ist ja immer entweder, man macht das alles über die Europäische Zentralbank. In der letzten Krise hatte Mario Draghi auch gesagt, es wird, whatever it takes, die Europäische Zentralbank kauft am Ende jede nationale Schulde werden aufgekauft und damit drückt sie die Zinsen so weit nach unten, dass die Länder damit weiter umgehen können. Aber es verlagert eben die politische Entscheidung weg von demokratisch legitimierten Institutionen hin zu einer Europäischen Zentralbank. Und eigentlich, so in einer politikphilosophischen Sicht, finde ich das schon richtig, dass die Entscheidung am Ende lieber bei den politischen Institutionen liegen sollte und dass wir demokratische Entscheidungen darüber treffen, was wir machen. Aber wenn demokratisch halt nichts möglich ist und die demokratischen Institutionen, der Rat der EU nicht entscheidungsfähig ist, dass dann am Ende die Europäische Zentralbank das aufwischt, was in der Politik nicht zu machen ist, ist natürlich auch richtig, weil sonst hätten wir den Euro wahrscheinlich schon verloren. Die Niederländer haben ja jetzt vorgeschlagen, man macht so eine, ja im Grunde so eine Almosenkasse, in die man ein paar Milliarden einzahlt und die kann man dann in Italien oder in Spanien verteilen. Und andere, unter anderem auch die Bundesregierung, sagen, wir können einfach weiter mit dem ESM arbeiten. Hieße dann aber, es ist entweder an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Man sagt hier, ihr Italiener, ihr bekommt jetzt Geld, müsst dafür aber als nächstes wieder irgendwie eure Kliniken privatisieren oder weiß ich nicht, die Apotheken liberalisieren oder irgendwas. Oder man sagt jetzt, aber das ist dann genauso merkwürdig, wir machen das ohne Bedingungen, aber dann ist eben der Unterschied zu Corona-Bonds nicht mehr da, sondern dann benutzen wir im Grunde nur ein Vehikel, was wir halt aus der letzten Krise haben, was aber nicht im normalen Institutionengefüge der EU-Institutionen ist. Der ganze Archiv also nicht gilt, auch die parlamentarische Kontrolle durchs Europaparlament nicht gilt und benutzen dieses Vehikel, um das Geld zu verteilen. Deswegen sagen wir Grüne eben am Ende, Corona-Bonds sind jetzt das geeignete Mittel und ein gutes Zeichen der gesamteuropäischen Solidarität. Keiner ist schuld, dass bei ihm irgendwie Coronavirus ausgebrochen ist und dass wir jetzt alle als Europäer ein Interesse daran haben, sowieso schon mal gesundheitlich, weil ob der Coronavirus nun aus Italien, aus Spanien, aus Belgien oder aus Heinsberg zu mir nach Aachen kommt oder so, ist erstmal egal. Wir haben ein Interesse daran, dass wir die Zahlen möglichst gering halten und auch wirtschaftlich haben wir eben ein Interesse daran, dass die gesamteuropäische Wirtschaft funktioniert, weil wir, unsere deutsche Wirtschaft natürlich die erste ist, die darunter leidet, wenn in Italien die Wirtschaft zusammenbricht und die unsere Produkte nicht mehr kaufen. So, und jetzt würde ich da an Ulrike nochmal weitergeben. Ist das jetzt vielleicht die Art von Vergemeinschaftung? Also du hattest ja am Anfang gesagt, in der Vergangenheit hatte man nach großen Krisen, was vergemeinschaftet, was einem vorher gefehlt hat. Wäre das jetzt der Schritt dazu, zu sagen, wir vergemeinschaften das? Und ich gebe zwei Gedanken mit. Ganz hektisch telefoniert haben ja heute schon viele Automobilchefs mit Angela Merkel und das wird auch viel in Bayern, weil es einfach ein Automobilstandort ist, diskutiert, dass alle Angst haben, dass ihnen auf einmal ihre Lieferketten zusammenbrechen, wenn Zulieferbetriebe in anderen europäischen Staaten pleite gehen und nicht unterstützt werden können, weil man die Lieferketten halt schon vergemeinschaftet hat. Aber damit würde ich dann Ulrike nochmal dir das Wort geben. Ja, ich kann das nur nochmal wiederholen. Also ich möchte sowieso niemandem den Eindruck vermitteln, dass ich da irgendwie was wüsste oder ich bin auch keine Ökonomin und das ist eine vielschichtige Diskussion, diese Corona-Bonds. Ich habe diesen Appell auch unterschrieben. Ich habe mit Sven und Franziska auch dafür gesorgt, dass wir ein paar Italiener an Bord bekommen. Und ich bin bei Daniel, dass das, und das ist für mich ganz wichtig, keine neue Debatte ist. Ich bin letztens durch Zufall über einen Text von mir gestolpert. Ich habe Eurobonds zum ersten Mal im Juli 2007 auf einer Konferenz in Italien mal gefordert. 2007, das sind 14 Jahre her. Damit will ich nur sagen, eins dieser Probleme in Europa ist, dass wir immer und immer die gleichen Debatten führen. Und Gott sei Dank ist der Faden ja bisher noch nie gerissen, aber wir haben ihn eben auch nie richtig verknotet. Und ich frage mich tatsächlich inzwischen, ob das inzwischen so eine Strategie ist, dass wir es immer genau so nochmal verknüpfen, dass es halt nicht reißt. Ja, dass immer, und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass immer genau so viel getan wird, dass das System immer genau so viel geschmiert wird, dass nichts passiert. Das sehen wir auch jetzt. Das war auch die Frage von eben. Die EZB ist ja tätig. Die EZB kauft Staatsanleihen. Die EZB spannt den Rettungsschirm. Aber Daniel hat natürlich völlig recht. Es ist im Grunde demokratietheoretisch nicht hinnehmbar, dass wir von einer Zentralbank regiert werden, die es im Grunde Gott sei Dank macht. Draghi, whatever it takes. Aber dass wir politisch nicht mehr den Mut haben, auszusprechen, was hier passiert und passieren sollte. Nämlich natürlich eine Gemeinschaft, Vergemeinschaftung, in diesem Fall ja noch nicht mal von Anleihen, sondern von Zinsen. Es geht ja eigentlich nur darum, ob die Italiener nach der Krise zu 2,5 Prozent sich refinanzieren müssen am Markt und wir zu 0,5 oder vielleicht sogar zu Negativzinsen oder ob wir uns zu gemeinsamen Zinssätzen refinanzieren können. Ich würde gerne noch mal erwähnen dürfen, wie wir den Euro gemacht haben. Wir müssen ja auch nicht mit Corona-Bonds einsteigen und sagen, alles sofort zusammen, Banken und Union, es gibt nur noch Corona-Bonds. Aber wir haben ja damals in den 70er Jahren die nationalen Währungen gehabt und den EQ erstmal daneben gestellt, wie so ein kleines Hütchen. Und irgendwann ist der EQ immer wichtiger geworden und wir haben gesehen, die Märkte reagieren ganz positiv auf den EQ und dann wurde die Währungsunion immer realistischer und dann kam 89 und dann haben wir den Euro gemacht. Ich würde mir wünschen, und das ist ja eigentlich das Konzept von dem Peter Bofinger in seinem Artikel in der FAZ vom 21. März, Samstag vor einer Woche, diese 16 Ökonomen, die gesagt haben, können wir nicht mit einem bestimmten Prozentsatz zum GDP, also zum Bruttoinlandsprodukt anfangen, Ich möchte genau, bevor wir jetzt in die nächste Person dran nehmen, auch noch einen Gedanken mitgeben, den ich selber auch ganz interessant fand. Ich habe das mal diskutiert in einer Webinar-Runde und da kam auf, dass es so etwas in der Art, dass wir sagen, 4 bis 6 Prozent kann jedes Land diese Corona-Bonds nehmen. Dann hätten wir einen Anteil von vergemeinschaftet, das hätte ich nicht sein können. So, jetzt haben wir Ulrike irgendwie gerade verloren. Okay, wir machen weiter mit den Handzeichen. Sie kommt bestimmt gleich wieder. Nur ein Gedanke noch, und zwar 1975 gab es schon mal was Ähnliches, die Community-Bonds, die damals aufgelegt worden sind, als man in einer großen Krisensituation war. Ich muss gucken, was der Markt macht. Wir haben jetzt hier irgendwie gerade das, ich euch nicht mehr höre. Jetzt geht es wieder. Ja, okay. Was war deine Frage? Entschuldigung. Nee, du warst irgendwie auf einmal bei mir weg. Ach so, okay. Dann macht den Gang. Ja? Ich hatte dann schon abmoderiert zur nächsten Frage. Ach so, okay. Dann mache ich das mal als Gedanken ganz schnell fertig, ja. Aber es muss ja nicht immer alles auf einmal sein. Und der Gedanke, den auch Bofinger vorgeschlagen hat, FAZ 21. März, wenn man das nachlesen will, ist ja, es gibt jetzt verschiedene Ansätze. Der eine Aufruf der Grünen, Deutsch-Italienisch, das war, wir machen es über das ESM und so weiter. Es gibt Corona-Bonds, es gibt Euro-Bonds. Also es gibt verschiedene Schattierungen, im Grunde, wie viel man vergemeinschaftet, ja. Ich würde tatsächlich sagen, wir sollten beginnen mit Elementen der Vergemeinschaftung. Das wäre die Lehre aus der Krise. Wir sollten die Zinsen vergemeinschaften, nicht für alle Bonds, aber dass wir uns orientieren, wie wir die Euro-Einführung gemacht haben und sagen, wir stellen Corona-Bonds oder meinetwegen Euro-Bonds. Ich finde das eigentlich auch so heuchlerisch, dass wir jetzt so von Corona-Bonds reden müssen, ja, als könnten wir das nicht mehr aussprechen. Das ist natürlich einfach Euro-Bonds sind, ja, die in der letzten Diskussion vor zehn Jahren schon verbrannt wurden. Wollen wir denn, wenn wir die wirklich einführen, wollen wir 30 Jahre lang an den Finanzmärkten Corona-Bonds handeln? Also ich meine, Namen sind ja auch wichtig, ja. Aber gut, das war eine Fußnote. Trotzdem fände ich es schön, wenn wir sukzessive mit vergemeinschafteten Anleihen anfangen könnten und dass wir einfach mal sehen, das ist ja auch pure Marktwirtschaft, wie diese Anleihen bei BlackRock oder sonst wo ankommen und ob die vielleicht einfach am Markt gut ankommen. Wenn sie gut ankommen, dann hätten wir auch ein Argument dafür zu sagen, hey, das ist doch ein gutes Ding, das können wir doch ausbauen. Und dann würden wir uns sukzessive in eine Vergemeinschaftung von Zinsen, Höhen von Zinsen und eben auch von gemeinsamen Anleihen begeben. Und ich fände, das würde uns doch nur dazu bringen, zu realisieren, das war ja der entscheidende Punkt von Florian Siegmann, wir leben schon in einem Land. Dieses Land heißt Euro-Land. Das sind die ganzen Ketten, hier Zuliefergeschichten und so weiter. Das ist doch wie ein Rastafari-Zopf. Da kann doch keiner mehr was abschneiden. Das sehen wir doch. Und das Einzige, was wir tatsächlich noch nicht hingekriegt haben, ist es einfach mal auszusprechen, dass wir längst ökonomisch, monetär, gesellschaftlich, sozial in Euro-Land leben. Und die Frage ist tatsächlich, kriegen wir das ausgesprochen und daraus eine neue Realität generiert? Mir würde das auch gefallen, dass wir das ehrlich machen und nicht unehrlich. Ich halte es tatsächlich für eines der größten Probleme, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder so eine Krisenlösung haben, wo hinter den Vorhängen eigentlich viel gemacht wird und die EZB und so weiter. Und es wird darauf hingewirkt, dass nichts auseinanderreißt und so weiter. Aber wir sprechen es nicht aus. Und das, glaube ich, ist für die Politik langfristig nicht gut, weil das riechen die Populisten. Und das wäre tatsächlich auch mein Wunsch an das Europa nach der Krise, die Vergemeinschaftung, aber auch das ehrliche Reden darüber. Danke, Ulrike. So, jetzt nehmen wir die letzte Person noch dran. Gucken wir mal, Laura Klein. Ich hoffe, du hast noch deine Frage. Laura? Ansonsten, während Laura noch überlegt, Margot, hättest du jetzt deine Chance? Margot? Du hast eine Frage. Das ist ein Fehler. Okay, alles klar. Kein Problem. Dann die Hand wieder runternehmen. Dann Raphael Pilo. Raphael? Nein, ihr Lieben, das war keine Frage, sondern am Anfang wurde gesagt, Hand hoch, wer schon im Webinar ist. Ah, okay, ihr könnt die wieder runternehmen. Okay. Dann machen wir einen letzten Versuch und probieren noch Harald Zimmerhackelmonien aus. Harald, hörst du uns? Ah ja. Hört ihr mich? Ja. Ihr hört mich. Also, ich rede dann einfach. Ich habe ein bisschen so das Problem in der Diskussion jetzt. Man versteigt sich Dinge, die eigentlich bekannt sind. Also, dass man, dass die Staaten sich abschotten und so weiter und so fort. Das ist ja nun ein Problem, das ist alt und hat sich durch Corona noch verstärkt. Was ich aber sehe, ist Folgendes. Wir leben ja eigentlich seit Jahrzehnten inzwischen von den ganzen billigen Produkten in China, Südostasien und so weiter, bei Handys. Wir haben das Problem mit den Arzneimitteln und so weiter und so fort. Die absolut unsoziale, unökologische Produktion, die doch herrscht, ja, ist absolut gegen unsere Auffassung. Mein Ding, was ich sagen wollte, was wir als Grüne entwickeln sollten auf europäischer Ebene, ist ja unsere eigene Auffassung. Da würde ich auch Ulrike ein bisschen widersprechen, die vorher gesagt hat, also dass wir ja gucken müssen, dass Verlinden und andere ganz andere Vorstellungen haben. Wir müssen unsere eigenen Positionen entwickeln. Und dazu gehört zum Beispiel Regionalisierung. Wir werden eine riesige Wirtschaftskrise auf uns zukommen. Die wird auf uns zukommen. Es ist eigentlich inzwischen schon klar, die 5% Rezession, die Altmaier jetzt nennt, halte ich für äußerst optionistisch. Deswegen, und dann werden wir einen Haufen Arbeitslosigkeit bekommen. In dieser Situation, es ist wahnsinnig, da werden Wertschöpfungsketten wegbrechen, über die vorher diskutiert worden ist. Ja, das heißt, wir werden dann sehr darauf angewiesen sein, regional zu produzieren, sozial und ökologisch. Und da sollten wir unsere Konzepte entwickeln. Ja, wir sollten Audits entwickeln, auf europäischer Ebene, gegenüber China und anderen Staaten, also soziale und ökologisch, dann können die die nicht nur so billig produzieren. Das ist eigentlich eine alte Vorstellung, die wir haben. Wir haben den Punkt. Wir müssen nur mit Blick auf die Uhr, wenn wir noch zur Beantwortung kommen, jetzt anfangen. Okay, also ich stoppe ab. Aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine. Ja, und ich werde mich vielleicht rausnehmen, weil du gesagt hast, regional zu produzieren, die als erstes zu antworten, auch mit Blick vielleicht nochmal auf den Binnenmarkt und die Frage, was ist eigentlich der Mehrwert davon? Also das ist natürlich kein Selbstzweck. Und natürlich sollte ein Binnenmarkt in der Europäischen Union und dann auch im Außenhandel nicht dazu führen, dass man Sachen transportiert, dass man Klimagase freisetzt, wo es nicht notwendig ist, sondern sollte so ausgestaltet sein, dass er am Ende natürlich den Menschen und in letzter Konsequenz dann selbstverständlich auch der Umwelt dient. Und das ist natürlich was, das wir in so Bereichen wie Vergaberecht, wo es um Ausschreibung geht oder Beihilfen, wo wir uns natürlich auf Landesebene ganz viel mit beschäftigen, um zu schauen, wie kriegen wir das eigentlich zusammen, dass das lokal am Ende Mehrwerte erzeugt, aber trotzdem europaweit auch irgendwie im Wettbewerb miteinander funktioniert. Aber vielleicht nehme ich die Frage auch so ein bisschen im Hinblick auf Zukunftsvisionen entwickeln, dann mit in die Abschlussrunde. Wir haben nämlich noch sieben Minuten und würde dafür gerne, Daniel und Ulrike jeweils noch mal das Wort geben. Und Ulrike, dir gebe ich noch eine Frage mit, die gestellt worden ist, müsste man die europäische Staatsbürgerschaft nicht noch inklusiver stellen, nicht nur für Leute aus einem anderen EU-Staat, die sich länger wo aufhalten, sondern auch, müsste sie nicht auch auf Drittstaatler irgendwie sinnvoll ausgeweitet werden können, wenn die ihren Lebensaufenthalt haben, sonst würde man nur wieder auseinander dividieren. Genau, das ist die Frage, die ich dir noch mitgebe. Und ich gucke, ob ich für Daniel noch was finde, was in ihn geht. Dann fange ich schon mal an, während du für Daniel die Frage suchst. Ich danke wirklich für die Frage, die ist ganz wichtig. Wir haben kumuliert in der Europäischen Union im Moment rund 25 Millionen Drittstaatler, die tatsächlich ausgegrenzt sind, weil die Unionsbürgerschaft nach Artikel 1 bis 12 Maastrichter Vertrag sagt, dass diejenigen, die Mitglied eines der Länder der EU sind, eben auch die Unionsbürgerschaft bekommen. Das heißt aber tatsächlich, dass wir Drittstaatler, auch wenn sie hier auf dem Territorium leben, ausgrenzen, obwohl die natürlich in unsere Wertschöpfungsketten überall hineinarbeiten und so weiter. Ich kann das hier nicht ausführen, aber ich möchte dringend verweisen auf das wirklich ausgezeichnete Buch von Etienne Balibar, 2003 Sind wir Bürger Europas? Wenn Sie sich das kaufen und lesen, das ist das Beste zum Thema. 2003, 20 Jahre alt, Balibar ist immer noch aktuell. Wir müssen die europäische Staatsbürgerschaft natürlich auf Jus Solis stellen. Also wer hier lebt, ist Bürger Europas. Ja, bin ich sofort dabei. Und das ist das eine, was kommt aus bürgerlichen Rechte, europäische Bürger sind. Dazu gehören solche Sachen, für die jetzt dankenswerterweise Daniel Freund im Europäischen Parlament eintritt. Europäisches Parteienstatut, europäisches Vereinsrecht. Also dass wir bürgerliche Sachen eben auch als Unionsbürger teilen. Ich gehe noch mal kurz auf den Vorredner ein und die Regionalisierung und die Produkte und so weiter. Ich bin auch dabei. Ich halte die 5 Prozent für wirklich schön geredet. Adam Thoos ist bei dem Doppelten. Ja, Global Economic Downturn war er irgendwo bei 9 bis 10 Prozent. Das sind ganz andere Zahlen, die da verhandelt werden. Das würde ich auch so sehen. Aber ich komme auf die Frage der Regionalisierung und das alles zurück. Ich habe keine Antworten. Ich glaube, wer will denn in dieser Krise, die für die Menschheit ja wirklich buchstäblich eine neue Erfahrung ist. Ja, wir haben, vielleicht haben einige von Ihnen auch den Aufruf des Generalsekretärs heute gesehen, No War for Corona, den man auch unterschreiben kann, der millionenfach unterschrieben wurde, wie auch immer. Wir machen gerade, glaube ich, eine ganz große, in gewisser Hinsicht globale, humane Erfahrung. Wir machen das hier zusammen. Ja, und ich glaube, eine der Erfahrungen, nicht nur, dass der Virus keine nationalen Grenzen kennt, ist tatsächlich, dass ich mir erhoffe, dass überhaupt auch jenseits der Europa-Debatte ein neues Denken anfängt über globales Regieren. Ja, also das, was wir in Europa diskutieren, dass wir jenseits des Nationalstaates wirtschaften müssen, Souveränität organisieren müssen, Versorgung organisieren müssen, das stellt sich auf globaler Ebene ja auch dar. Und ich glaube, dass diese Debatte auch einen Push bekommt. Und da kommen die Regionen insofern rein, als dass ich tatsächlich auch der Überzeugung bin, dass das, was wir gerade erleben, würde man, also wenn man so vor 40 Jahren Politikwissenschaft studiert hat, würde man sagen, was wir gerade erleben, ist, dass der Überbau zusammenkracht. Ja, also alles, was gestern noch mal unsere Institutionen waren, die NATO, keine Ahnung, die EU, wie auch immer, das ist alles mehr oder weniger handlungsunfähig. Und wir sehen, dass das am Ende, was zählt, ist vor Ort, was da ist. Und wir sehen die Fragilität der ganzen anderen Sachen, der Lieferketten und so weiter. Wie wir das bewerten werden und was davon die Lösung ist und ob die Lösung dann ist, Autarkie, ich muss gucken, dass ich in meinem regionalen Bereich sozusagen alles rückführe. Ja, ist ja die eine Reaktion, die wir jetzt schon sehen. Alle Länder fangen auf einmal an, Masken zu nähen. Ist das die Antwort auf die Krise? Wollen wir diese Antwort? Diese Antwort muss ja, muss wirklich nicht schlecht sein. Ja, also sie hätte natürlich eine Regionalisierung oder auch lokale Industrien, lokales Handwerk, großer Dimension wahrscheinlich zur Folge. Und das müsste man bewerten. Ich will das hier weder idealisieren noch irgendwie schlecht reden. Aber ich glaube tatsächlich, wir verhandeln im Moment ein neues Verhältnis zwischen Regionen und globaler Steuerung. und global ist dabei nochmal anders als Europa. Da gibt es, glaube ich, keine letztverbindlichen Antworten, aber es erscheint mir so, dass wir tatsächlich ein bisschen wegkommen von diesen nationalstaatlichen Ansätzen, die ja auch immer pyramidal-hierarchisch aufgebaut sind. Als hätten wir so ein paar Container rumstehen und das sind halt die Nationalstaaten und die machen eine Machtkonzentration oben auf der Spitze. Sondern das, was jetzt mir doch zu passieren scheint, ist eher so eine horizontale Verknüpfung von Machtstrukturen, wo sich eben Regionen, die vor Ort Versorgungsleistungen erbringen können, auf eine neue Art und Weise horizontal miteinander verknüpfen. Ich weiß nicht, ob das das ist, was Sie auch sehen in diesem Krisenprozess. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, bis sich das durchsetzt. Und was das aber heißen könnte, ich glaube, darüber müssen wir nachdenken. Und ich glaube, wir sind wirklich mitten in diesem Prozess, darüber nachzudenken. Wunderbar. Und jetzt, Daniel, ich habe auch was für dich und was ganz Klassisches. Und zwar von der Sophie. Was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand bei der Konferenz zur Zukunft Europas? Und siehst du irgendwie eine Möglichkeit, dass Krisenerfahrungen damit eingespeist werden? Also ich glaube, auf jeden Fall, das wäre ja merkwürdig, wenn man irgendwie die Erfahrungen dieser Wochen, die ja sicherlich für uns alle irgendwie eine der markanten Erlebnisse unseres Lebens sein werden, diese Wochen in der Quarantäne, das jetzt von der Debatte auszuschließen. Der aktuelle Stand ist, wir als Europäisches Parlament haben dazu ja eine sehr gute Position verabschiedet im Januar. Die Kommission hat sich auch geäußert. Wir warten seitdem auf den Rat, dass er sich positioniert, sodass wir dann anfangen können zu verhandeln. Ich gehe mal davon aus, dass sobald das allergrößte von Corona durch ist, dass wir dann eine Ratsposition haben und dass wir hoffentlich dann in den nächsten Monaten anfangen können mit dieser Konferenz. Ich würde dann vielleicht schließen. Es ist ja nochmal die Frage gestellt worden zur Vision. Ich kann nochmal hier diesen wunderbaren Pass zeigen. Wenn jemand von euch auch so ein wunderbares Notizbuch haben will, schreibt mir eine E-Mail. Ich würde die Vision immer so zusammenfassen, dass ich mir wünsche, dass wir mit der Europäischen Union in den nächsten Jahren dahin kommen, dass sie die großen Fragen unserer Zeit beantworten kann. Dass wir die Union in eine Position bringen, wo sie einen ordentlichen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz, dazu, dass Großkonzernen Steuern zahlen, dass wir eine starke Stimme in der Welt haben, dass wir mit Digitalisierung umgehen. Da müssen wir hin und dass wir ein Stück weit dann das, was wir aus nationalen Systemen kennen, wie Politik gut funktioniert, dass wir genau das auf europäischer Ebene eben genauso machen. Dass sich ein Stück weit im Grunde Politik in Europa normalisiert und nicht mehr, dass wir wegkommen davon, wie es oft eben noch ist, dass der Rat irgendwie so eine Diplomatenkonferenz aus den 1950er Jahren so ein Überbleibsel ist. Das ist, glaube ich, das, wo wir hoffentlich hinkommen und dafür brauchen wir euch alle, dafür brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger, die Druck machen. Ich bin da sehr positiv. Ich finde diese Erfahrung der letzten Europawahl im letzten Jahr mit der höchsten Beteiligung, die wir je hatten und so einer positiven Stimmung in ganz Europa, dass Leute Europa wollen und eine Veränderung in Europa wollen. Ich glaube, das irgendwie zu kanalisieren in so einen Veränderungsprozess, das ist das, was wir in den nächsten Wochen, Monaten wieder anschieben. Genau, vielleicht so weit. Kann ich da noch einen Satz sagen, weil das, was Daniel gesagt hat, ist großartig and I like it und ich habe schon so einen Pass. Großartig bedanke mich für die Initiative Federal Republic of Europe. Ich würde gerne zum Abschluss wirklich ein Zitat geben, das ich durch Zufall gefunden habe von Max Weber von 1912, als ich in München letztens in der Bibliothek war. Max Weber hat 1912 auf dem Deutschen Soziologentag auch die Frage, was ist eine Nation, gesagt, so kann man, aus dem Kopf zitiert, so kann man als Nation doch nur eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die aus einer Gefühlslage heraus beschließt, einen Staat aus sich hervorzutreiben. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn diese Corona-Krise für uns jetzt die Gefühlslage ist von 500 Millionen Menschen auf diesem Kontinent, dass wir jetzt einfach mal beschließen, wir treiben einen Staat hervor. Ich habe übrigens heute gerade die englische Übersetzung mit dem Übersetzer gemacht, der hat, es gibt kein Wort für hervortreiben. Ja, auf Englisch muss man das Producing Estate nennen. Das treibt mich ganz um, weil das deutsche Hervortreiben ist ja viel organischer, wie so eine Sprosse, die so aus dem Baum kommt. Aber das würde ich gern zum Abschluss mitgeben. Das, was Daniel gesagt hat, wenn wir das alles haben wollen, die Handlungsfähigkeit in der Welt, den Auftritt und so weiter und so fort, dann würden wir das aussprechen müssen, dass es um europäische Staatlichkeit geht. Wir können übrigens auch nur europäische Bürger sein, wenn wir einen europäischen Staat haben, weil ohne Staat keine Bürger. Und ich würde einfach mir wünschen, dass wir uns ein bisschen nackig machen in dieser Debatte und diese Dinge einfach mal aussprechen. Deswegen freue ich mich so über diese Pass-Initiative von Daniel. Vielen Dank, Ulrike. Und ich sage euch beiden Danke, dass ihr heute beim Webinar dabei wart. Ich weiß, dass noch viele unausgesprochene Fragen im Auditorium sind, die wir jetzt alle nicht rannehmen konnten, weil sich immer noch über 20 Menschen melden und ich immer noch ganz viele Fragen habe. Aber wenn ihr gerne noch eine Antwort auf eure Frage habt, dann scheut euch nicht, mir oder Daniel auch nochmal eine Mail zu schreiben. Wir sind als Abgeordnete natürlich auch dafür da, Anliegen zu beantworten, uns damit zu beschäftigen. Kommt auf uns zu. Wir machen das gerne und sage danke, dass ihr alle dabei wart, dass sie alle dabei waren und wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Danke.